Der Herr Öffnet euch die Tür so weit wie es geht Der König von der Herrlichkeit zieht dich Machen die Herzen auf und seid bereit Der König von der Herrlichkeit ist da Ein Herr gehört die ganze Welt Von Meeresgrund bis zum Himmelssaal Er ist uns helfen in der Not Und scheint sie zu sagen durch sein Wort Jeder, der in den Suchtag kommt In seine Gegenwart Er lässt sich sein, was sie heilig wird Öffnet euch die Tür so weit wie es geht Der König von der Herrlichkeit zieht dich Machen die Herzen auf und seid bereit Der König von der Herrlichkeit ist da Öffnet euch die Tür so weit wie es geht Der König von der Herrlichkeit zieht dich Machen die Herzen auf und seid bereit Der König von der Herrlichkeit ist da Wer ist der König von der Herrlichkeit? Es ist Gott, mischt auch ein Held Sag, wer ist der König von der Herrlichkeit? 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 Sieh die, mag het herzen oefen, zieh' ich bereid, der gunn ich vor der Herrlichkeit ist da. Es me da die Doze, wie es geht, der gunn ich vor der Herrlichkeit. Sieh die, mag het herzen oefen, zieh' ich bereid, der gunn ich vor der Herrlichkeit ist da. Es me da die Doze, wie es geht, der gunn ich vor der Herrlichkeit, zieh' ich dich. Mag het herzen oefen, zieh' ich bereid, der gunn ich vor der Herrlichkeit ist da. Wer is der machtig für dich, als ich doch mischt da verheid? Sag, wer is der machtig für dich, der vor der Herrlichkeit? Wer is der machtig für dich, als ich doch mischt da verheid? Sag, wer is der machtig für dich, der vor der Herrlichkeit? Wer is der machtig für dich, als ich doch mischt da verheid? Sag, wer is der machtig für dich, der vor der Herrlichkeit? Ja, das ist der Startschuss von unserem Mundart-Psalmen-Projekt. Und ich habe einfach mega Freude, wie dieser Song entstanden ist. Und zwar aus einer einfachen Idee, die ich in die Songwriting Weekend von der Worship Academy gebracht habe, hat eine Gruppe von Leuten, die davor die meisten vorher noch nie ein Lied geschrieben haben, eine solche Hymne daraus gemacht. Und das ist genau die Idee von diesem Projekt. Wir möchten verschiedenste Songwriter miteinander connecten und glauben, dass durch die Zusammenarbeit und durch gezieltes Coaching, das wir geben, Songs daraus entstehen, die in den Kirchen von unserem Land auf- und abgesungen werden. Wir haben das Ziel, dass wir bis zum nächsten One Heart Worship Day vom 23. Oktober 2021 eine bunte Palette von neu vertonten Mundart-Psalmen präsentieren können. Wenn ihr das anspricht und du gerne Teil wärst von diesem Projekt, meldet über uns. Details findest du auf unserer Webseite. Ich freue mich von dir zu hören. Zum t encontra Втор complementen Mundart-Psalmen 05 0lene 07 06 06 06 06 06 06